Hallo ihr Lieben, ich habe mich ein bisschen hübsch für euch gemacht, weil es ist heute mega warm und ja, meine Haut ist ungefähr genauso weiß wie dieses alpina-weiße Shirt, aber ich hatte da so Bock drauf. Haare musste ich auch zusammen machen, weil es einfach super super hot ist. Draußen 27 Grad, wir kommen von maximal 16 Grad, von daher brauchte ich jetzt einfach ein bisschen was Luftiges. Und passend dazu habe ich die Chance, ich gucke mal, ob ich euch das näher ranholen kann, habe ich die Chance euch die wunderbaren neuen Dalton Produkte vorzustellen. Und zwar handelt es sich um die wunderbaren Produkte von Dalton aus der Ocean Elements Serie und es gibt neue Lichtschutzfaktoren. Ich bin so glücklich, wir hatten kürzlich noch darüber gesprochen, dass ich mir etwas leichteres wünsche und das hat Dalton geschafft. Ich vertrage die Produkte sehr, sehr, sehr gut. Bin super happy, dass Ocean Elements Angebot, beziehungsweise Ocean Elements, die Reihe, ist für die Pre-Ager unter uns oder alle, die es trotzdem nutzen möchten. Und zwar, ich würde jetzt mal sagen, beziehungsweise Dalton sagt 16 bis 35, aber grundsätzlich ist genau wie bei dekorativer Kosmetik, es gibt hier keine Gesetze. Jeder kann die Hautpflege verwenden oder das Make-up verwenden, das ihm ihr gut tut. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, ich blende euch hier mal meinen fetten Rabatt-Code ein, 25% Rabatt gibt es damit. Und der Code ist anderthalb Wochen gültig, ich schreibe euch alle Informationen dazu nochmal in die Infobox. Schlagt zu, ich sage euch das, sobald alle anderen ihre Codes veröffentlichen, wird es wahrscheinlich zu Lieferengpässen kommen, zu zusammengebrochenen Seiten. Also schaut da gerne, gerne, gerne nach, ne? Also, ich sage es nur. Und ich würde sagen, wir starten mit der Alga-Clo, der Aloe Vera Gel Maske. Habe ich bislang tatsächlich nur einmal verwendet, weil es nicht so warm war, dass ich es brauchte. Versorgt die Haut mit Sauerstoff für eine bessere Zellatmung, intensiver Frischkrieg für müde Haut, ist klar, ist ja auch Aloe Vera mit drin. Dann verlangsamt das Altern und mit Spirulina, Braun, Alga und Aloe Vera. Richtig, richtig toll. Also ich habe die bislang nur einmal verwendet, weil, wie gesagt, es war nicht so super heiß, dass ich eine kühlende Maske brauchte. Aber sie ist gelig, dünn und gar nicht so, wie soll ich das sagen, ich habe irgendwie mit etwas Grünem gerechnet. Und die Produkte riechen alle wahnsinnig gut. Und ich finde das Packaging super sexy. Ich lese euch einmal vor, was auf dieser wunderbaren Produktkarte steht. Skin Benefit, revitalisierend, wirb gegen oxidativen Stress, heterlässt einen natürlichen Glow und das kann ich bestätigen. Effective Elements mit Spirulina, Braun, Alga, Meeresmineralien, Aloe Vera, Mandelöl und Glycerin. Friends in Need, Feuchtigkeit, Spender, frische Kick für müde, fahle Haut, Textur, kühlendes Gel. Und genau so habe ich es auch erlebt. Also ich würde sagen, wenn es richtig, richtig heiß ist und ihr die im Kühlschrank lagert oder zumindest kühl und dunkel, oh mein Gott. Es riecht schön, die Haut wird super, super frisch. Also es fühlt sich wirklich toll an. Es ist ein ganz, ganz, ganz tolles Produkt. Und natürlich sind alle Produkte aus der neuen Range auch mit meinem Code mit 25% Rabatt zu kaufen. Die Tube ist aus 38% Recycledem Material. Frei von Allergen, Duftstoffen, Farbstoffen, Mikroplastiken, Mineralöl, Parabelen, PEG und Silikon. Und es ist vegan friendly. Also richtig, richtig schön. Ich liebe Dalton. Dalton ist meine Herzmarke. Für alle, die jetzt neu dabei sind, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin seit ein paar Jahren ein großer, großer Dalton Fan. Nicht nur, weil ich mit Dalton zusammenarbeite, sondern weil die Hautpflege einfach der absolute Hammer ist. Meine Haut strahlt, ist gesund, mit Feuchtigkeit versorgt. Es gibt für jede Jahreszeit für mich irgendwie die richtige Pflege. Im Prinzip benutze ich immer dasselbe, nur im Sommer dann ein bisschen weniger von dem einen, ein bisschen mehr von dem anderen im Winter, ein bisschen weniger. Wisst ihr, wie ich meine? Also es ist so, so, so toll. Die Brand ist super cool. Die Menschen, die dahinter stehen, sind super cool. Ich finde es auch richtig toll, dass Dalton mit was für Leuten Dalton zusammenarbeitet. Die Influencer sind doch einfach alle toll. Ja, richtig, richtig schön. Das Produkt Nummer 1 finde ich schon mal sehr schön und ich freue mich schon darauf, es im Sommer zu verwenden. Denn nur weil es Pre-Ager für Pre-Ager konzipiert wurde, heißt das nicht, dass wir etwas älteren Räutchen es nicht auch kennen und lieben lernen dürfen. Weiter geht es mit Deep Hydration Hydro-Alga Moisturizer mit 46% mehr Feuchtigkeit, 46% Hydration. Richtig, richtig schön. Antioxidative Feuchtigkeitscreme mit Aloe Vera, Spirulina und Braunalge für Blue Light Schutz auf Gesicht, Hals und Dekolleté. Also natürlich könnt ihr sie überall verwenden, genau. Verlangsamt, dass die Hautalterung, hydratisiert normale bis trockene Haut, tiefenwirksam. Auch hier lese ich euch wieder die Skin Benefits vor, es ist einfach so schön vorbereitet. Erhöht die Feuchtigkeitsversorgung nachweislich, hinterlässt einen frischen Teint, wirft antioxidativ, habe ich schon vorgelesen. Effektive Elements mit Spirulina und Plankton, Meeresmineralien, Aloe Vera, Hyaluronsäure und Glycerin. Friends in Need hydratisiert, normale bis trockene Haut und Textur, geschmeidig, zieht schnell ein. Auch hier wieder ein super schönes Produkt. Wie gesagt, ich liebe das Packaging, ich finde es richtig, richtig toll. Gebe ich es mal auf die andere Hand. Das hier ist etwas cremiger, das andere Produkt gerade, also die Maske war ein bisschen geliger. Auch hier wieder, es riecht fantastisch, wirklich richtig, richtig gut. Ohne dass es stark parfümiert riecht, es riecht einfach, einfach toll. Wirklich richtig, richtig schön. Auch die habe ich schon verwendet, tatsächlich auch schon ein paar Mal. Meine Haut braucht ein bisschen mehr. Meine Hautpflegeserie ist die Hyaluron-Orea, aber auch hier wieder. Kauft nicht blind irgendwas, macht die Hautanalysen. Es gibt bei Dalton verschiedene Möglichkeiten, ich setze euch den Link dazu auch mal in die Infobox. Dann könnt ihr da mal schauen, kauft nicht irgendwas, nur weil andere das verwenden, sondern kauft das, was auf eure Hautpflege abgestimmt ist, damit ihr nicht enttäuscht seid. Also ich hatte zum Beispiel, als ich das erste Mal von Dalton bestellt habe, falsche Hautpflege bestellt. Die passte einfach nicht zu meiner Haut und deswegen war ich gar nicht so begeistert. Und nachdem ich dann die Hautanalyse gemacht habe über Dalton und dann die Produkte empfohlen bekommen habe, ich habe Hyaluron-Orea für morgens, für abends gut zehn. Meine Haut ist super, super schön, finde ich. Ich bin 44 Jahre alt, werde dieses Jahr 45. Natürlich habe ich Fältchen und ein paar Pigmentflecken. Die Pigmentflecken habe ich mir aber selber angetan, indem ich einfach vor meinem 40. Lebensjahr keinen Sonnenschutz getragen habe. Einfach nie. Und trotzdem gerne in der Sonne war. Von daher, da kann keiner was für. Man könnte es lasern lassen, aber so diese Spots, die sind tatsächlich auch ein bisschen dunkler, komplett weg zu cremen, das habe ich tatsächlich noch nicht festgestellt. Da habe ich noch kein Produkt gefunden, aber Produkte, die es leichter, heller machen, die gibt es durchaus. Auch von Dalton zum Beispiel. Genau, das ist die Deep Hydration und auch auf die bekommt ihr natürlich die 25% Erbat mit meinem Code Ocean Melanie heißt der, glaube ich. Ich gucke nochmal für euch nach. Ocean Melanie, alles groß geschrieben mit Bindestrich. Genau, die also auch. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingscreme. Oh mein Gott, ich bin richtig, richtig verliebt und möchte euch auch keinen Scheiß erzählen. Da hole ich mir auch mal direkt das Kärtchen dazu. Ich finde die so gut. Die ist richtig, richtig toll. Slow Aging Retinol Creme. Also eine Creme, in der Retinol mit drin ist. Man braucht nicht nur auf zusätzlichen Produkt. Ich liebe 2 in 1 Produkte. Natürlich die Konzentration da ein bisschen anders, als wenn man vorher ein Serum nimmt, hinterher eine Creme drüber. Aber oh mein Gott, ich finde die so gut. Auch hier wieder eine richtig schöne, leichte Textur. Ich benutze die so gerne am Abend. Aber das ist jetzt von den 3 Produkten tatsächlich die, die so die festeste Konsistenz hat, aber natürlich trotzdem eine schöne, weiche, cremige Textur hat. Also ich finde die so, so, so gut. Rosa mit Blau nährt und regeneriert trockene Haut, verlangsamt das Altern mit Retinol und Maritim Vitamin A. Schützt vor Blue Light. Genau. Skin Benefit wirkt regenerierend, bewahrt die Haut vor dem Ausdruck und verlangsamt die frühzeitige Hautalterung. Effective Elements mit Retinol und Maritim Vitamin A aus dem Seefenchelplankton meeres Mineralien Share Butter. Und die Share Butter spüre ich. Und die riecht tatsächlich von allen Produkten für mich auch noch am aller, allerschönsten. Share Butter, Jojobaöl und Avocadoöl. Ich liebe sie. Ich finde die so unfassbar gut. Und meine Haut, die strahlt, das ist der Hammer. Die habe ich jetzt schon ein paar Mal als Nachtcreme verwendet, statt der Q10. Und das will bei mir wirklich was heißen. Auf die lasse ich ja sonst gar nichts kommen. Friends in Need nährt und regeneriert trocken und strapazierte Haut. Perfekt als Nachtcreme. Dafür habe ich sie verwendet. Textur reichhaltig, ohne einen Film zu hinterlassen. Genauso ist es. Sie ist super reichhaltig. Aber am nächsten Tag, wenn ich mir das Gesicht wasche, ist trotzdem kein Restfilm auf der Haut. Das habe ich bei der Q10. Das liebe ich bei der Q10. Aber hier ist es nicht und ich liebe sie trotzdem. Sie riecht fantastisch. Sie pflegt toll. Die Haut sieht so schön gleichmäßig aus und hat so ein tolles Strahlen. Ich bin mega verliebt für mich. Der oder das absolute Hammerprodukt. Ich liebe es. Also die Slow Aging Retinol Cream. Der absolute Hammer. Ich bin, also finde ich wirklich fantastisch. Und das auch als Nicht-Pre-Ager. Genau. Und das vierte Produkt aus der Reihe ist die Dark Circle Eye Cream Aufhellend und Brightening. Aus der Ocean's Elements Serie. Da haben wir hier eine hübsche kleine Tour. Auch hier wieder das Packaging. Ich finde es super sexy. Wirklich. Also ich mag diese knalle Farben, diese Bonbonfarben. Finde ich richtig, richtig schön. Das hat was. Spricht auf jeden Fall das jüngere Publikum an. Aber auch mich als nicht mehr Pre-Ager total. Und das Sonnenlicht macht mich gerade ein bisschen fettig. Ich muss ein bisschen davon weglaufen. Damit ihr alles vernünftig seht. Genau. Also hier die Dark Circle Eye Cream. Richtig, richtig schönes Produkt. Auch mindert Schwellung. Also am besten im Kühlschrank aufgefahren. Das riecht richtig gut. Effektiv gegen müde Augen. Mit Plankton, Niacinamide und Avocadoöl. Avocadoöl. Also eine Inhaltsstoffbombe. Also eine Wirkstoffbombe. Und hält Augenringe auf. Jetzt habe ich Gott sei Dank sehr selten Augenringe. Da bin ich sehr froh drüber. Deswegen habe ich da jetzt noch keine Mega-Wirkungen gesehen. Und ich brauche hier bei der Augencreme tatsächlich etwas mehr Pflege. Das ist mir ein bisschen zu wenig für meine 44 Jahre alten Krähenfüßchen. Da brauche ich ein bisschen mehr Pflege. Aber die ist wirklich schön. Eine schöne, leichte Textur. Skin Benefit. Hält Augenringe auf. Reduziert Schwellung. Wirkt beruhigend und feuchtigkeitsspendend. Ja. Effektiv Elements. Meerwasser mit... Jetzt muss ich nochmal gucken. Biopterin. Meeresmineralien, Niacinamide, Avocado, Olivenöl und Shea Butter. Also es ist schon reichhaltig. Also es gab mal eine andere Augencreme von Dalton. Die war deutlich leichter. Da habe ich gar keinen Effekt gefühlt. Also die ist schon super. Ich kann die auch toll für tagsüber nehmen. Aber für abends brauche ich mehr. Friends in Need Effective gegen effektiv, gegen müde Augen. Textur, zartschmerzende Textur ohne zu beschweren. Und das kann ich auch bezeugen. Und was hier das Produkt einfach mega schön macht, sind die Avocado und Olivenöl und das Shea Butter oder die Shea Butter. Wirklich richtig, richtig schönes Produkt. Finde ich auch mega toll. Wie gesagt, für mich. Ich brauche schon inzwischen ein bisschen mehr Pflege. Aber für die jüngeren Häutchen, oh mein Gott, absolut tolle Creme. Richtig, richtig toll. Gönnt euch. Gönnt euch. Ich glaube, der Spruch... Da habe ich den Spruch heute das erste Mal so ganz intensiv bei Claudi gehört. Und ich bin mir sicher, mega. Also sie hat recht. Gönnt euch. Also kauft euch was Schönes. Holt euch, worauf ihr Bock habt. Das ist wirklich, wirklich einfach toll. Break, um die Sonne auszusperren. Und jetzt kommt mein absolutes... Ach, obwohl die Slow Aging Retinol Creme ist schon ein richtiger Hammer. Aber ich bin so glücklich über das folgende Produkt. Ich finde die so schön. Das ist die, der Lichtschutzfaktor 50 Plus Light Sun Cream mit UVA, UVB Lichtschutzfaktor 50 Plus. Ich habe auf dieses Produkt gewartet. Leichte, nicht fettende Gielcremetextur mit Lichtschutzfaktor 50 Plus zum Schutz vor schädlichen UV-Strahlen und lichtbedingter Hautalterung. Angereichert mit Spirulina, Alge und Vitamin E für mehr Feuchtigkeit und zum Schutz vor freien Radikalen. Ich liebe sie. Ehrlich, ich liebe sie. Ich finde die so toll. Ich hatte gedacht, erst als ich das gelesen habe, oh, die ist bestimmt ganz gelig. Also sie hat auch eher eine gelige Textur, aber sie ist schon weißlich wie eine Creme, aber halt sehr, sehr leicht. Sehr, sehr leicht. Auch hier wieder riecht fantastisch. Es riecht einfach alles so, so, so gut bei Dalton. Ich finde, es riecht immer alles gut bei Dalton mit Ausnahme von dem Vitamin... Es gibt so ein extra Produkt, ein High Concentrate. Das riecht nicht so toll, aber die Wirkung ist schön, deswegen ist mir das egal. Also, Lichtschutzfaktor 50 Plus und das ist die leichte, nicht fettende Creme. UVA und UVB-Filter mit Lichtschutzfaktor 50, samtiges Finish ohne Hautglanz. Es stimmt, es stimmt und es zieht auch vernünftig schnell ein. Ganz große Liebe und funktioniert mit allen meinen, wie soll ich das sagen, Make-up oder Make-up-ähnlichen Produkten. Ganz große Liebe. Spirulina brückt antioxidativ, Schutz vor frühhaltiger Hautalterung, vegan und korallenfreundlich, wasserfest und frei von Octorylenen, Allergenduftstoffen, Mineralöl, Paraben, PEG, Silikon und Nanopartikeln. Love it. Ich habe vor ein paar Wochen in dem Video gesagt, ich würde mir so wünschen, einen Lichtschutzfaktor, der halt leichter ist, der nicht weißelt, der nicht so fettig ist, weil wenn man eh schon eine sehr reichhaltige Hautpflege verwendet und darüber noch einen sehr fettigen Lichtschutzfaktor, manchmal ist meine Haut damit völlig überfordert. Und was ich hier auch schön finde, der kriecht mir nicht in die Augen. Dalton hat meine Gebete erhöht, hat es umgesetzt und ich bin glücklich. Vielen lieben Dank dafür, für dieses fantastische Produkt. Ich werde nur noch diesen Lichtschutzfaktor tragen. Es gibt aber auch noch einen zweiten, ein Moisturizing Sun Cream Produkt, auch mit Lichtschutzfaktor 50+. Auch eine leichte Creme Textur ohne Weißeln, UVA, UVB Filter und Lichtschutzfaktor 50. Spendet intensiv Feuchtigkeit, Spirulina ist antioxidativ, ist mit drin, Schutz vor frühzeitiger Hautalterung, vegan, korallenfreundlich, also alles, was die andere Creme auch hat. Aber die hier ist tatsächlich reichhaltiger. Finde ich auch gut, aber die gelige liebe ich. Die ist schön, die gelige liebe ich. Ich muss es einfach sagen. Und auch diese wunderbaren neuen Produkte gibt es einfach die 25% mit Ocean minus Melanie. Jeder Buchstabe groß geschrieben. Ich bin super happy. Also ich freue mich wirklich mega, dass ich die Möglichkeit habe, euch diese wunderbaren Produkte vorzustellen. Einfach weil, ja, ihr wisst, ich liebe Dalton. Ich finde es immer schön, wenn die neue Produkte auf den Markt schmeißen, weil ich einfach auch, ich war noch nie enttäuscht. Es gibt ja so Produkte, die passen einfach nicht für jede Haut und das finde ich völlig in Ordnung. Aber wenn Dalton draufschreibt, dass das Produkt irgendwas Besonderes kann, dann kann es das auch. Es ist einfach nicht nur so ein Blabla dahergequatscht. Es stimmt einfach und das feiere ich an Dalton wirklich mega. Ja, ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was für euch das Hammer innovative Produkt ist und ja, ob ihr euch was bestellt. Und auch da wieder dieses, es finden jetzt von Donnerstag, dem 2.5. bis Sonntag findet ein Dalton Event statt. Auf diesem Dalton Event werden ganz, ganz viele wunderbare, tolle, spannende, inspirierende Frauen dabei sein. Und ich, ich darf auch da sein. Ich freue mich sehr und ihr habt die Möglichkeit, natürlich über den Code von allen diesen wunderbaren Frauen einzukaufen. Wir bekommen alle eine kleine Gewinnbeteiligung. Das heißt, wenn ihr über unseren Code einkauft, bekommen wir etwas davon ab von euren Einkäufen. Für euch ist es total positiv, ihr spart die 25% und wir bekommen Kleinigkeit davon ab. Immer die Person, über dessen Code ihr einkauft. Und ja, in diesem Sinne, schaut euch gerne auch den Vlog an, der dann in der nächsten Woche online geht. Vielleicht vlogge ich auch zwischendurch und stelle was online. Auf jeden Fall, auf jeden Fall könnt ihr mir bei Instagram auf meinem Kanal Melo Flori gerne, gerne auch folgen. Bei Instagram ist irgendwie so, irgendwie kriege ich da keinen motiviert, mir zu folgen. Oder zumindest nicht viele Menschen. Also, wenn ihr Bock darauf habt, folgt mir da gerne. Auch den Link setze ich euch in die Infobox. Ich nehme euch auf jeden Fall mit, zeige euch Inspirationen. Jetzt bin ich tatsächlich eine YouTuberin und mein Hauptkanal, meinen Hauptaugenmerk lege ich natürlich auf YouTube. Aber ja, ich freue mich einfach riesig, riesig, dass ich dabei sein darf. Und ich muss jetzt tatsächlich, wir haben nämlich heute Mittwoch, den 1. Mai und die Sonne geht langsam unter. Und ich muss jetzt wirklich zusehen, dass ich meine ganzen Sachen in den Koffer bekomme und dass der Koffer nicht zu schwer wird. Da muss ich noch ganz viele Pakete zurückschicken, weil ich habe natürlich auch ein Outfit zusätzlich gekauft für einen Themenabend. Und auch darauf freue ich mich. Folgt mir super gerne. Wenn ihr das Video gut gefunden habt, gebt mir super gerne einen Daumen nach oben. Das macht mich sehr glücklich und hinterlasst mir einen lieben Kommentar. Schreibt mir, wie gesagt, auch super gerne rein, welches für euch das spannendste Produkt ist. Ich bin so neugierig, was ihr sagt. Und ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald, ihr Wunderbaren. Ciao, ihr Lieben. Tschüss.